Musik Ich habe ja meine Stimme eigentlich nicht gekannt sozusagen als Sänger und Micha hat mir nahegelegt, einfach meine Stimme, wie sie ist, klingt sie am besten. Stimme in der Lok erflattern lassen. Es sind Passagen dabei, wo ich ein bisschen überrascht bin und ein kleines bisschen Stolz gebe ich es zu. Ich laufe um ein Leben, lauflos hat keinen Zweck, lebt diese Bombe erst mal am Gepäck. Ich laufe um ein Leben und kein Erbarmen, nur noch ein Fall mit Blaulicht für die Not auch warme. Es sind zwölf Stücke auf der CD, Feierlieder. Es gibt auch nachdenkliche, traurige Stücke, ein, zwei. Die Dinge sind teilweise autobiografisch, natürlich plakativ abgeändert und viele werden sich in den Texten auch wiederfinden als Opfer oder als Täter. Die Gitarre spielt der Chris und das ist der Gitarrist von Yen. Es war der richtige Mann zur richtigen Zeit, also besser hätte man nicht bestellen können. Der Aggie von Edgai, der hat Bass gespielt. Der Mann ist vorbereitet, der versteht sein Handwerk. Ich bin eine deutsche Punkscheibe. Wenn ich Musik einschalte, dann will ich Spaß vorhaben. Spontanität, auf jeden Fall Authentizität und nicht drüber nachdenken. Und so eine Platte ist es.